In diesem Video zeige ich dir, wie du ein gutes Gedicht schreiben kannst. Vielleicht musst du ein Weihnachtsgedicht für die Schule schreiben, das ist kein Problem. Gedichte zu schreiben ist nämlich gar nicht so schwer. Du brauchst ein Thema und eine Gedichtform. Themen gibt es wirklich unendlich viele, zum Beispiel die Liebe, Freundschaften und Beziehungen. Oder Weihnachten und andere Feiertage wie Ostern. Oder die Natur. Schreibe über Bäume, Pflanzen und die Jahreszeiten. Das hier sind sehr beliebte und einfache Versformen. Das Elfchen kennst du vielleicht aus der Grundschule. Das Elfchen besteht aus elf Wörtern. Und die werden in fünf Zeilen angeordnet. Es beginnt mit einem Wort, wird dann immer mehr und am Ende kommt wieder ein Wort als Zusammenfassung. Winter, Ungemütlichkeit, Wasser wird Eis, ich trinke warmen Kakao, Kuschelzeit. Oder das Haiku. Das Haiku hat drei Zeilen oder drei Wortgruppen mit fünf, sieben, fünf Lauteinheiten. Sonnenuntergang, fünf Silben. Eine Wolke kommt vorbei, sieben Silben und deckt die Sonne zu, wieder fünf Silben. Hier findest du übrigens noch ganz viele Informationen zu Gedichtformen. Und dann gibt es einfache Reimformen, zum Beispiel A, A, B, B. Da reimen sich die ersten beiden Zeilen, der Wald ist kalt, und die nächsten beiden, mein C, tut weh. Oder A, B, A, B. Da ist der Reim abwechselnd, die Liebe am Meer, die Liebe ich sehr. Nehmen wir als Beispiel das Thema Weihnachten und die Versform A, A, B, B. Und du beginnst jetzt damit, dass du Wörter sammelst zu deinem Thema. So viele wie du findest, die müssen sich nicht reimen, sie dürfen sich aber auch reimen. Zum Beispiel Baum, Traum, Kaum, Schenken, Lenken, Singen, Bringen, Weihnachtsmann, Gottesdienst, Kirche, Beten, Geschenke, Päckchen, Lieder, Freude, Gläubige, Christen oder Vorfreude, Aufregung, Zuhause, Glaube, Feiertag, mehr, sehr. Und dann bastelst du aus einigen dieser Wörter dein Gedicht. In der Form A, A, B, B. Ich sehe den Baum und glaube es kaum. So ein tolles Lichtermeer. Weihnachten, ich mag dich sehr. Und schon ist dein erstes kleines Gedicht fertig. Das kann natürlich noch viel, viel länger werden. Nochmal Gedicht schreiben, Anleitung. Du brauchst zuerst einmal ein Thema, dann eine Versform, dann sammelst du Wörter und daraus schreibst du dann dein Gedicht. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann beginnst du bestimmt gleich damit, ein Gedicht zu schreiben. Das kannst du dann gerne in die Kommentare posten. Viel Spaß! Viel Spaß! Vielen Dank.